hallo zusammen und herzlich willkommen zum kaffeeklatsch am sonntag wie ihr ja schon mitbekommen habt ist gestern max grüßt ausgefallen und ich habe mir gedacht als entschädigung bringe ich die grüße heute also ausnahmsweise im kaffeeklatsch am sonntag ich hatte besuch und war auf einer hundeparty apropos hundeparty ich habe einen kleinen film auf der hundeparty gemacht und hier der kleine film der dauert nur zwei minuten 44 glaube ich und hier ist ich habe mir gesagt wie leiden wie wenn du in der stadt spazieren gehst das einfach ist in der augsburg in der innenstadt leiden hier ja nicht überall in jeder stadt die mama selber schreit muss auch jetzt weiter mit auch 300 meter weg aber du hast Die Kirche ist in der Nähe von der Kirche. Und dann laufe ich und ich habe halt so eine Schleppleine, wo ich dann immer mitschleißen lasse. Soviel zur Hundeparty und dann anschließend hatte ich noch Besuch, wie ich dann wieder daheim war. Und da bin ich jetzt dazugekommen. Gut, der Besuch war meine kleine Nichte. Ich habe mit der noch so gespielt, dass ich völlig vergessen habe, dass ich eigentlich Max grüß machen wollte. Aber gut, mit einer zweijährigen Nichte, da vergisst man sowas schon leicht. Ich bin froh, dass ich jetzt dazugekommen, zumindest der Kaffeeklatsch am Sonntag zum Trinken. Und jetzt hole ich eben die Grüße nach. Ich habe 31 Personen, die wo nicht mit dabei sind, sind dann am Samstag in Max grüßt mit dabei. Und morgen gehe ich wieder arbeiten. So, also kommen wir zur ersten Person. Hans Dampf, Wäschmenschen, Doktor Stuhl, Mischa M. Arno Nym, Fuchs Television, Rollabreiner, Schwester Gisela, Schwester von Goldnaz, Lampenbrille, R13KE, Charles Darwin, Zapp Zarab, Chichi Elvador, Omfritz. Dann sind wir bei der Nummer 16. Senko Tami, Denk nach, Schockerle, Jimmy B. Jimmy B. Ja, Jimmy B., Ich Mobil, Julian Fischbach, Matthias Wellenzohn, Rieseneinlauf, Aces Longus, Trofenpfand. Herzog Werner, Bremsreiniger, Miesepetriger Heimbewohner, Veganer, Sinny, Impotenter, Swinger und Dolores, Coco, Loris. Das waren jetzt die Personen, die wohl jetzt nicht mit dabei waren, sind dafür dann wirklich am Samstag in Max Grüßt mit dabei. Mit dem, dass meine kleine Nichte gestern da war und heute auch wieder, habe ich halt gestern jetzt Max Grüßt außerdem vergessen. Ich habe so mit der gespielt, wir haben kocht und alles. Und das ist ja verständlich. Wenn eine zweijährige Nichte da ist, dann vergisst man schon mal YouTube. Also wer von euch Kinder oder Nichte hat, ist halt nun mal so, dass die Nichte natürlich vorgeht. Aber gut, Kinder haben halt Vorrang vor dem YouTube Video. Naja. Ja, einen Test habe ich jetzt nicht vorbereitet, dann würde ich sagen komme zur Planung. Legt es euch da nicht so drauf fest. Morgen habe ich das Regeltalk vor. Am Dienstag eventuell Max Grüßt, wenn ich dazu komme. Am Mittwoch Use Time. Am Donnerstag vielleicht Max Grüßt. Weil Dienstag und Donnerstag habe ich einen Kühendienst und da ist mir Max Lies gerade recht. Weil da lese ich ja bloß das vor und fertig. Und da habe ich dann hinterher gleich meine Ruhe. Weil nach dem Kühendienst, nach Arbeit und Kühendienst, da bin ich schon meistens in der Legnier-Marsch-Formation. Und deswegen ist mir Max Lies ganz recht. Bloß nur das runterlesen, dann bearbeiten, hochladen, fertig. Weil man da nicht so viel bearbeiten braucht bei Max Lies. Bloß die Stellen rausschneiden, wo dann so ähm 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 vorkommen. Aber sonst braucht man da eigentlich nicht viel mehr. Man muss nichts einblenden und so. Also von daher nach Arbeit und Kühendienst ist Max Lies praktisch ganz gut. Weil ich da schon fast in der Du kannst mich mal Einstellung bin. Naja. Auf jeden Fall am Freitag dann der Riegelfreitag. Am Samstag Max Grüßt und am Sonntag stehen wir wieder hier oder sitzen wir wieder hier. Je nachdem im Kaffeeklatsch am Sonntag. Ansonsten war es das. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, dann verpasst ihr die neuesten Videos. Nichts. Was ich noch sagen wollte, wegen dem Thema Basti nachmachen. Spreng ich ihn an zum Sprengen. Ich mache es jetzt einfach. Wenn es ihm nicht passt, dann kann er sie gerne bei mir beschweren. Auf jeden Fall mache ich das einfach. Weil es sich die Mehrheit gewünscht hat. Jedenfalls könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen. Die stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo man mir Posten schicken kann, steht in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mir den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Habe die Ehre. J Economic UndANT Mogensisch. Hier sehen wir uns. Geräusch. Vielen Dank.